Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Aram spiele ich Fiddlesticks. Mit dabei sind der Nico, der Timo und die Anna. Ja und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Werf ich. Klima oder you must first, you must love. Da bleib ich wieder auf. Wett. Wett, wett, wett. Ich spiele Wett. Da läuft nur die Kanzel. Mach ein Merk direkt, wenn Anna anfängt, ein Spiel zu spielen. Ja. Nein, 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 nein. Dann gib da ab, volle Leistung. Ist auch richtig am Arbeiten, der Staubsauger. Ich mag mit. Wir mögen deinen Staubsauger auch. Oh, hier die Vayne, Alter, fast noch gestorben, hast du das gesagt? Naja, übertrieben aber. Ich hab mir das aufgebracht, die Cooldown ist runtergegangen. Ey, und der D-Schaden ist im Low-Bereich höher. Ja, und ich spiele jetzt das erste Mal mit Thunderlords. Sollte ich mal ausprobieren, ey. Scheint aber gar nicht so übel zu sein. Auf jeden Fall besser als der D-Schaden. Das ist auch noch mal ein Schneeballer, Digger. Los Kanzel, renn ihn hinterher und kipp ihm. Jawohl. Hehe Oo yeah! Los Katze! Ah! Frechheit Hab ich die Vein pech? die Katze. Ja, ja. Nö. Die Katze. Ja, ja. Daneben ist auch vorbei. Nehmen wir einen Besser. Ja, ok. Ich kümle, dass ich dann reinflashierst, ne? Ja, jetzt muss man Yi oder sonst was sein, ne? Ja, hab ich jetzt. Siehste, siehste, siehste. Ja, ja, war auch direkt da drauf gezielt. Ja, das war genau so geplant. Da riecht auch, da riecht doch nicht. Pst. Hat mich doch nicht. So, der Nächste. So. Ach, schade. Wo ist das? Boah, da war eine Tauschung. Fiddle bringt Laune! Ja, ich find's halt krass, dass die den Coole runtergemacht haben. Und auch noch den W-Schaden hochgebracht haben. Ja, das ist... Im Early, da. Ne, das Schwede, ohne Witz. Gut, der war Early nicht stark. Boah, was macht die Weg? Ich glaub von 60 auf 80 haben sie den Coole gebraucht. Die arme Cutter kriegt nochmal mit einen ab. Sie hat sich anders vermutet als Cutter. Das stimmt. awhile. Wo ist das 13 dasselbe? Weiner Be Lesung aber noch einen Ab sean. die schon mal die im jahr um 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 501 was geht ab so dankeschön ich glaube ich hole mir als erstes dann dieses echo stellen wir mal den prog da hinten drinnen vor jetzt, oh wäre das geil ok das könnten wir ja schon unterbrechen von der kata ja waren wir da ein bisschen zu spät, weil ich war da nicht mehr vieles Ende äh ich musste auch erst richtig lang retten jam 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 was denn ich wollte klopfen oh oh jetzt bitte aah blöde kata blöde wir haben in der arbeit einen Kevin und meine arbeitskollegin hat mir grad geschildert er hat den Kevin der ist einfach mal voll in Kevin äh 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 b äh z äh 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 wird manchmal empfohlen ja was ist hier los Ahr im Trauer wirklich soll das die Wege dort ich hab's gar nicht gesehen noch habe ich schon da habe ich schon noch geteckt was soll das hier macht Timo du machst du sowas ich hab's nicht gesehen ich wusste ja gar nicht dass du Sekt spielen kannst ich auch nicht das ist cool ah Hilfe das weiß man immer erst dann wenn man ihn kann das würden wir alle gerade dass der Tampech mit mir herangelaufen ist ja ich bin Hohohoho Wie, der überlebt das? Noll Ah! Dankeschön Noll Doch nicht Mit dem Backprop sind wir nicht Ähm, mit Thunderlords ist das ja viel geiler Phil im Aram Das wusste ich gar nicht Ah, bloße Cutter Tote Cutter Hehehe Du bist ein Autofagmann Jawohl Das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Ähm Boah, das ist gut Der immer feiert jetzt Ähm, ist Fire's Touch dabei Jennerwirbel? Ja, ja Ich bin echt tot Hm Ich geh da rein Ich geh da rein Da ist richtig Nein! Oh, der Jennerwirbel, der hat mich direkt erwischt So Mist Das war mehr Luck als alles andere von ihr, ey Du bist alleine Du bist alleine Ja Ähm Okay Der tut mir jetzt gar nicht so gut für uns Ne, nicht so wirklich Ah, es war voll doof, ey Ich spring da rein und in dem Augenblick startet die ein Wirbel Ja, und weißt du was noch blöd war? Genau in dem Augenblick, wo du das gesagt hast Genau in dem Augenblick ist mein Kreis Ich wäre abgelaufen Weil ich hatte nämlich hinzu jemanden getroffen Weil ich wollte halt nicht alleine in Flirte reinspringen Und in dem Moment, wo du sagst du gehst rein Wollte ich gerade reaktivieren Und genau in dem Moment ist es abgelaufen War richtig Bad climbing Das war ein Autofagmann Ein Autofagmann Was ist das für ein Schaden macht, ey? Was ist das für ein Schaden macht, ey? Was ist das für ein Schaden macht, ey? Jawoll Ja Ich glaub der mag's dich abzuschlecken, das find ich nicht gut Schon gut Kann ich da mal nichts tun Hab ich ja auch nie überhaupt nicht Ich will nicht, ich wollte nur anwenden Und jetzt fühl ich auch nicht Das hier, dann Wo die Schaden wimmeln Wimmel 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 auch gern gemacht ich habe jetzt nicht sagen wir mal ich werde anwesend du darfst Jetzt wollte ich aber mal sterben, ja. Würden wir doch nie haben. Was? Nein, nein, nein. Wir haben keinen Spaß. Alles total deprimierend. Die Mieze-Tatze. Böse Mieze-Tatze. Rami ist da. Rami, ich war da. Na, los. Du bist ja da. Na klar. Du bist doch echt gefressen, ey. Die war grad im Troll-Modus. Ja, aber dann kriegst du einfach mal ne Ehe vorm Kopf und dann war's das, ne. Können wir dir mal kurz erklären, was Troll-Modus heißt? Ich weiß, er redet die ganze Zeit davon aus. Sie wollte mich so ganz gemein ärgern, ganz gemein so, weißt du? Ist sie aber nicht ganz gelungen, nur zum Teil. Also falls jemand kurz vor dem Sterben ist, er geschränkt hat eine Lütte. Okili, Okili. Jetzt gleich. Ich hab auch gleich wiederholt. Wir können halt nicht sterben. Nur mal auch keinen Sinn richten. Und, und auch Sett. Aber Sett nur so halbwegs, oder? Das war jetzt auch nur damit er sich untergeordnet fühlt, oder? Damit er nicht schlafen kann. Nein, eigentlich war ... Ich kann Sett nicht schlafen. Eigentlich ist doch Sett nicht. Und Sett nur, die muss ich nicht warten, weil die sind auch hier. er hat mich wiederholt aber nicht mehr passt schon jetzt gibt es noch mal eine Ehe für die Lieben komm mal her komm mal einer her komm mal her ich bin nicht alle ich mach mal ein bisschen Reedy wieder aber jetzt ist das so zu langweilig jetzt habe ich was gemacht jetzt habe ich was gemacht ja jetzt habe ich was gemacht klaut den Penta hat einer geklaut ja das ist auch nie so doll haben nee ich habe mich auch dafür entschuldigt es tut mir extremst leid ja das würde ich dir an deiner Stimme schon ich werde es nicht wieder tun Vertrauen zu mir bitte später nein, das ist mir einfach so wichtig miau ich obfache eigentlich mein Leben für euch alle vier ich mache auch nicht mehr drüber das ist mir nicht mehr drüber ich mache auch nicht mehr drüber das ist mir nicht mehr drüber nee du bist wieder kaputt mein friend da bist mir ich wieder full life Oh! Oh! Den haben wir Aua gemacht, wa? Wer muss das? Läuft! Ah, ne böse Cutter! Ich sehe eine böse, böse Cutter! 10 Sekunden, dann ist sie gar nicht mehr so böse. Ah! Ah! Ah, er hilft am Rami! Keiner hilft! Ah! Das sieht ja jetzt gar nicht mal so gut aus. Ist das Ihr Ernst? Oh, das hast du aber nochmal schön gespielt, ey. Ja, hat nicht viel gebracht, das ist mir auch klar, aber sah gut aus. Der Gedanke zählt. Und dann war das das Superplay der Woche. Das war ganz woanders, aber egal. Hauptsache, das ist der Gedanke. Weiß ja keiner. Spoiler-Alar! Spoiler-Alar! Das gab nicht so gut. Das war nicht so gut. Genau. Guck mal! Gas! Oh ja! Fütter ihn! Er platzt! Ich hab auch noch einen Keks! Zwei sogar! Dann kriegen wir einen zum Platzen! Oh mein Gott! Anstatt dass wir auch irgendwas machen! Ich weiß aber, dass wir uns mit dem Platzen bei uns machen. Ja, Thomas hat was gemacht! Ah! Na, nein, nein! Was machen, was machen? Ah, ich hab keine Ahnung! Ah, ich hab nicht mehr gekriegt! Leblanc aber! Ah! Ah! Oh, ne Kata! Nein! 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 Ja! Ja! Ah! Ja! 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 trenten ersten wir Mieze-Tatze. Große, große, große Mieze-Tatze. Tatze. Er sagt immer Tatze. Ja? Großes, böses Mieze-Tatze. Tatze. Ja, Tatze. Tatze ist wirklich. Das ist tricky, oder? Genau. Und Silvester. Silvester, ah ne, das war's anders. Das war noch ein bisschen früh dafür, aber... Silvester, ah ne, das war's anders. Oh, der hat meine E aber noch abgekriegt. Das war noch ein Zettkuchen. Oh, der hat noch eine... Die Bühle hat noch... Oh, das war's nicht. Tschau Kata Es fällt aber ... ... so, wie es da ist Ich bin auch noch nicht auf dem Boden Ich sehe das nicht gerade nicht Ah, schade Nein Ich hab doch mein Erscherpneid aktiviert Aber ich bin zu spät Oh, Schatz Du bist tot. Du bist ein Toter-Wand. Du bist tot! Oh, da kommt noch ein Tarn! War die jetzt nicht so lustig. Ich auch nicht. Tower-Helten. Oh, oh, oh. Die Stromme! Blöde Cutter! Blöde, blöde! Cutter kriegt jetzt erstmal eine Blöde. Der Kench ist noch da, ne? Scheiße. Das sah genau so aus wie wo du Murana warst und ich da im Kench. Ja, du hast den Top platzen lassen. Ja, ich hab zu fest zugedrückt. Er hat's nur abgeleckt. Ja, nicht klar. Ne, Moment. Ich bin der Licht. Ich bin der Licht. Ich hab's auch zelt schon nicht geschossen. Alles klar, ich komme nicht mal dazu. Dann mal wieder zurück. So. Die Welt hat nicht ganz doll geklappt, ich soll schon zu gehen. Aber ich hab's. Penta gönnen wir hier nicht, ne? Ne, auf keinen Fall. Ich hab nur gehofft und gebetet. Nachdem Sonjas bloß noch ne E rauskriegen. Und hat geklappt. Die Lüstung ist, glaub ich, nicht verkehrt. Oh, da kommt ne Karte. Ne, Rüstung bringt, glaub ich, nicht viel gegen die. Die Vayne macht mir übelst schade. Ja, aber die haut ja vor allem 2 Damage raus, ne? Ja. Also, der Kampf gerade zwischen den 3 Tanks, den fand ich gut. Ist zwar nicht viel passiert, hat auch ein bisschen lange gedauert, bis irgendwas geschossen hat. Aber da hat kein Kensch das wenigstens dauert. Nein! Ne, ne! Das ist Hitch! Da bist du wieder vorne. Da ist's gut. Genau, mein Busch! So, den Tower holen wir ja zuerst mal. Hab ich mir ja versagen lassen. Ich glaube, er ist der Flossenhart. Macht die Bane weniger damage, hat die Bane weniger. Ah, er geht rein! ich wollte gerade sagen gehen wir erst mal ein bisschen zurück ich habe auch kein sonja der kensch ist jedes mal auf die ich anspringe wiederholen ja klar nervt aber 14 sekunden noch dann habe ich das so lange würde ich auf jeden fall gerne nichts machen der wollte mich ab nein ich wäre dann soweit ich bin weg weil ich wollen die truppe von hinten auf und und mit sony ausgestorben das kann ich ab ja ich kippe wie die auch gleich meine ja nur ist er sauer Entschuldigung wenn wir das noch besser spielen, pass auf alles Jetzt ist er sauer Entschuldigung Allein der Lifestyle von der Vein Entschuldigung ist das nicht getan Deswegen habe ich mir jetzt die große Hardcore und er kriegt sie weniger Attacks die damit hat sie auch weniger Lifestyle im Endeffekt Ich denke mal wir sollten nicht die Cutter fokussen sondern eher die Vein Ja, sag ich seit 5 Toten Naja, ich hab das hinten halt Ich muss die Cutter CC'n Naja Das kann man dann im Zwischendurch machen aber wenn die Vein tot ist, haben die halt keinen Damage mehr, weil Cutter Damage ist nur noch die Ulti und sie machen halt die ganze Zeit auch Replexus Ich geh jetzt auf die Ja Ich hab's Ich hab's Bauer bin ich tot Aber wir haben's eigentlich nicht Ich bin hier noch heil Nein, du blüht Aber heil noch nicht Fiddle goes crazy Fiddle goes crazy Fiddle's ding slow down yes Da kurbelt sie zum Schluss nochmal Ja und ich hoffe euch hat das Game auch ein wenig gefallen und wenn ja schaut mal wieder rein In diesem Sinne bis bald Euer Ran Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's Ich hab's